Nach der letzten Eskapade, in der letzten Folge, währenddessen wir etwas sehr hart aufs Holz gehauen haben, stellte sich heraus, dass der Hammer auch kaputt gegangen ist. Was bedeutet, wir haben keinen Hammer mehr. Was wiederum bedeutet, wir haben ein Problem. Wie hämmern wir? Also wann ist und wie ist Hammer Time, ist hier die Frage. Ich habe schon überlegt, ob ich mir selber ins Gesicht boxe. Aber das finde ich ein bisschen übertrieben. Nun gut, sind Sie bereit für den ersten Fall? Der erste ist auf jeden Fall schon interessant. Wir starten das Feuerwerk mit folgendem Fall. Eines Tages, am Nachmittag, des 28.08. auf dem Ungaro-Ring, ein Porsche, Platz 9. Der eine oder andere wird sich jetzt wahrscheinlich denken, Mensch, rote Plaketten, ja oder nein? Aber wir sehen, Pro AM, rechts Pro, davor auch ein paar Pros. Die sind also im höheren Bereich unterwegs. Man könnte ja meinen, die Leute haben was drauf. Aber folgende Ereignisse spielten sich ab. Vor Gericht, alle entsetzt, als sie das gesehen haben. Lassen wir das Bildmaterial laufen. Bis hierhin noch alles normal. Keine Vorfälle, nichts passiert. Aber dann... Joink! 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 Der Schrottplatz wurde eröffnet. Ich lasse nochmal laufen. Gucken Sie sich weitere Details dazu an. Man könnte meinen, es war eine Kettenreaktion, die sich da am 28.08. auf dem Ungaro-Ring am, äh... Nachmittag abspielte. Es war wirklich ein Fiasko. Ich höre schon die Stimmen aus dem Gerichtssaal. No further action? Man kann sich, äh... Nicht so sicher sein. Ist es denn wirklich jetzt no further action? Oder... Vielleicht doch nicht. Jetzt ist ja die Frage, was denken Sie da draußen, wer hier wen reportet? Jeder, jeden. Der Porsche, den McLaren, hoffentlich. Das hat Herr Schieb sehr gut erkannt und hatte einen sehr guten Einwurf. Das war der Porsche, der den McLaren reported hat. Man muss dazu sagen, achten Sie bitte einmal ganz kurz da draußen auf die Linie des Porsches. Fällt Ihnen was auf? Muss ich fragen. Fällt Ihnen was auf? An der Linie des Porsches. Ich lasse das nochmal laufen. Ich lasse das nochmal laufen. Nichts Besonderes. Nichts. Nichts. Man muss dazu sagen, er hat am Anfang so einen ganz leichten, wirklich einen simplen, ganz, ganz leichten Schlenker nach rechts. Minimal. Wirklich minimal. Und danach fährt er seine Linie runter. So, jetzt achten Sie mal bitte auf die Linie vom McLaren. Vielleicht fällt Ihnen da ja was auf. Wenn Sie mal unten rechts wieder auf diese Punkte gucken. Auf den weißen. Hier. Da können Sie ihn sehen. Ist ja für die Lenkeingaben. Lassen wir mal laufen. Schieß mal ab, den Flummi. Geht die Qualität auch besser? Ja, die geht besser, wenn wir live mitgefahren werden. Leider sind die Zusammenschnitte, die uns zugesendet werden, oftmals nicht unbedingt in 80K mit Red-Kameras in 120 FPS aufgenommen. Deswegen müssen wir mit dem leben, was wir da haben. So. An der Stelle muss man ganz klar sagen, und das ist am Anfang, wenn man sich das einmal anguckt, würde ich sagen, sagt man so, die fahren beide ineinander rein, aber der McLorris, der zieht wirklich von links nach rechts rein. So. Meine Damen und Herren, was haben wir denn vor Gericht für eine Strafe dafür? Wie teuer wird denn das Bußgeld von rechts nach links? Was habe ich denn gesagt? Döner für alle, Sozialdienst, ja, drei Tage Pause, Urlaub für ihn, alles Pause, drei Tage, drei Tage, Führerschein weg. Führerschein weg ist eine gute Idee, aber das wäre vielleicht ein bisschen hart, oder? Gehen wir mal an den Gerichtssaal. Also, die meisten von Ihnen da draußen haben das schon sehr gut erkannt. Das ist mal drei Tage Päusken. Und so schnell kann es gehen, dass man mal drei Tage Pause hat, wenn man mal ganz kurz im Schrank pennt und sich ein bisschen verlängt. weil das war wirklich schon, das war schon wirklich sehr, sehr hart an der Grenze. Da waren ja wirklich alle involviert. Und die Menschen dahinter haben leider Gottes auch wieder ihre Bremse nicht gefunden, weil sie sich gedacht haben, na, mich interessiert das nicht, maximale Warp-Geschwindigkeit und durch. So, jetzt können wir aber leider nicht bannen, weil ich habe, doch, ich habe einen neuen Hammer. Ich habe mir nämlich von dem guten Herrn Wenzel Washington, habe ich mir einen Zollstock geklaut, den hat er vergessen. Das wird jetzt unser Hammer. Scheiße, erste Beule drin. Ich muss, glaube ich, dann einen neuen kaufen für Herrn, äh, gut. Das ist der Obi-Banhammer und der geht jetzt raus. Da gibt es drei Tage Päusken. Schöne Grüße gehen hier übrigens an den Gerichtsmitarbeiter raus, der meinen Namen mit Doppel-Z geschrieben hat. Schöne Grüße, Küsschen aus Nüsschen. So, schieße ab den Flummi. So, wir gehen rein in den nächsten Fall. Wir haben heute wirklich ein, äh, ich würde schon sagen, ein maximales Potpourri an, äh, wunderbaren Gefühlen, die hier auf uns zukommen. Wirklich. Kein Witz. Wir haben gestern bei der, äh, Ausarbeitung schon sehr, sehr geschmunzelt. Auch hier an der Stelle, meine Damen und Herren, wir befinden uns im August. Es ist ein sonniger Tag. Auch hier Ungaro ein. Zwei Konkurrenten aus dem Pro-AM-Bereich. Man kann schon mal klatschen dafür, dass sie Patreon benutzen und LFM unterstützen. Das ist sehr, sehr wichtig. Subscribieren auch Sie bei LFM, denn dieser Dienst wäre sonst nicht möglich, wenn ein, zwei Mark in die Tasche kommen, dass Herr Boris Schalk reich wird und sich eine fette Villa kaufen kann. Spaß beiseite. Es ist schön und ich gönne jeden Cent der LFM für das, was Sie getan haben und immer noch tun. Kussi, kussi. Also, falls Sie auch so eine wunderschöne Pro-AM-Plakette haben wollen, reincashen. 4,99 im Monat. Ist nicht Pflicht. LFM ist trotzdem gratis. Es gibt ja auch ein paar schöne Perks. Genug Sale-Out. An der Stelle zwei wunderschöne Fahrzeuge. Fahrwahl, exorbitant, geil. Muss man sagen, schön schlicht. Links, feste Livery. Sieht spitze aus. Ist Bob-Tourist, weil fährt McLaren. Sieht man natürlich sofort, Spritzer-Auto. Rechts, Porsche, fragt man sich, pennst du im Schrank, hast du verpasst, der Porsche läuft eigentlich gar nicht. Kann mir keiner erzählen, dass jetzt hier irgendwie auf dem Ungaro-Ring läuft er, aber Herr Juttke, am Arschtranne, weil wir sehen nämlich gleich ganz genau, was hier passiert. Denn folgende Ereignisse spielten sich im August auf dem Ungaro-Ring ab. Wir brauchen Ton. Wir haben keinen Ton. Ich will was hören. Da gab es schon mal den ersten Kontakt. Aber was ist jetzt hier? Zack. Hm. Jetzt wird sich der eine wahrscheinlich, der eine oder andere denken, hö, Herr Juttke, was, warum, äh, hö? Was soll das jetzt? Ich bin gespannt auf die, äh, Zurufe. Ich bin gespannt auf die Zurufe. Das war übrigens, äh, sah sehr nach Netcode aus, wenn wir da jetzt nochmal ganz genau hingucken. Weil es sah nicht nach Berührung aus. Gucken Sie mal. Weil dem Porsche hat das eigentlich gar nichts mehr. Es sah ein bisschen nach Netcode aus, aber nur leicht. Eine Berührung war irgendwie trotzdem da. Ja. So, aber was ist jetzt hier passiert? Was ist jetzt hier vorgefallen? Wer reportet hier wen? Der McLaren reportet den Porsche. Mit der Reaktion habe ich etwas gerechnet, meine Damen und Herren im Gerichtssaal. Versetzen Sie sich mal in die Situation des McLarens. Und Sie fahren sehr weit raus und Sie möchten sehr gerne rejoin. Und das Ganze auch safe. Sie lupfen ein bisschen verringern die Geschwindigkeit, aber Ihr Gegner lässt Ihnen leider keinen Raum für einen, äh, rejoin. Also für einen safen rejoin. und macht einfach dicht, so dass Sie theoretisch volle Esse aufs Eisen gehen müssten. So. Mit diesen Informationen einfach mal das Szenario jetzt hier angucken. Der Porsche macht überhaupt gar keine Anstalten, ihn wieder reinzulassen und macht einfach dazu. Was machen wir jetzt mit der Information? Da bin ich sehr gespannt, weil das spaltet hundertprozentig den Gerichtssaal. So, der Porsche ist immer noch in dem Wissen, dass da der McLaren drüben ist. Also wie würden Sie sich denn verhalten? Fragen wir einfach mal einen Gerichtssaal. Wie würden Sie sich verhalten? Würden Sie jetzt dem McLaren mit dem Wissen, dass er ja nun durch den Kontakt abgeflogen ist, was wirklich doof ist, müssen wir nicht drüber reden, aber würden Sie ihn wieder zurücklassen und weiter nach rechts fahren? Und ihn drauflassen? Ich müsste, genau, ich würde mit dem Porsche nach rechts fahren, müsste ich aber nicht, okay, Vollgas bleiben, McLaren muss schauen, wie wir wieder auf die Strecke kommen, als McLaren lupfen, als Porsche, je nachdem, den Kontakt geschwürt haben, Platz lassen. Ich möchte Ihnen ganz kurz mal was vorlesen, wenn Sie gestatten, weil auch ich als Richter habe was gelernt. Auch ich habe was als Richter gelernt. Also, ich lese vor, es ist Englisch, ich versuche es dann im Wortlaut nicht ganz genau zu übersetzen. causing a If you had left a little bit more space, this accident would not have happened. A little more thinking, more careful driving and a little consideration for other drivers would be appreciated here. Zu Deutsch, du hast gesehen, dass jemand abgeflogen ist. Er wollte wieder zurück auf die Strecke joinen. Du hast seine Linie gehalten und hast ihm so den Rejoin verwehrt, dass er wieder zurück auf die Strecke kommt. Und das habe ich gestern das allererste Mal, auch als Richter, gelernt, dass wir anderen Menschen auf der Strecke die Möglichkeit geben müssen, dass sie wieder ordentlich rejoinen können. Jetzt kann man natürlich, jetzt kann man wieder sehr, sehr lange darüber diskutieren, wie auch das schon sofort jetzt gerade passiert. Man merkt das. Jetzt gibt es wieder zwei Lager. Das Lager, hey, er hätte auch einfach lupfen können und sich dahinter einreihen können. Und dann gibt es das Lager, jo, finde ich gut, ist eine gute Entscheidung. Die Entscheidung ist, und das finde ich sehr, sehr gut und das passt auf diesen Fall, wir sollten anderen die Möglichkeit geben zu rejoinen. In dem Fall habe ich das das erste Mal gehört und gesehen. Und er hat es auch gesehen, dass er auf Track ist. Also falls mir jetzt jemand argumentativ sagt, dass da niemand oft, dass er das nicht gemerkt hat, dann tut mir das wirklich leid. Weil das ist definitiv, spürst du A an deinem Lenkrad und B siehst du das in deinem Rückspiegel, weil du weißt ja, dass jemand neben dir ist und du hast auch noch das Radar. Also ein bisschen Rücksicht auf die Mitfahrer nehmen. Ich finde es wirklich sehr, sehr gut, dass dieser Gesetzestext da ist, um Leuten mitzugeben und beizubringen, dass es darum geht, auch anderen Menschen etwas Rücksicht, dass es anderen Menschen mitgegeben wird, dass wir Rücksicht nehmen auf andere Fahrer. Vorhin hieß es noch ein bisschen Netcode, woher soll er dann wissen, dass er, ich habe gesagt, ein bisschen Netcode, dann haben wir das kontrolliert, also nochmal nachgeguckt, können Sie gerne auch nochmal zurückspulen dann, in dem Fall, dass trotzdem ein Treffer vorhanden ist, nachdem wir das das zweite Mal gesehen haben. Und dieser Fall bringt sehr viel Diskussion mit sich. Sehr viel. Aber Sie wissen ja, wie es ist. Wir setzen ohne Wenn und ohne Aber das durch. Ich sehe schon, es brennt. Ich glaube, da sind wir wieder bei dem Punkt und das ist der letzte Satz, den ich jetzt hier an der Stelle nochmal aufbringen möchte. Ich glaube, dass dieser Text eher, dass dieser Text auf die nachfolgenden Fahrzeuge sich eher bezieht. Steht da nicht drin. Also wir haben schon über viele Fälle sehr viel diskutiert. Das steht da nicht drin. Da steht nicht nachfolgende Fahrzeuge oder sonstiges dergleichen, sondern dort steht drin, dass du deinem Mitfahrern die Möglichkeit geben musst, einen ordentlichen Rejoin zu ermöglichen. Wenn man seinen Vordermann abschießen möchte, muss man also nur von Off-Track machen. Was ich jetzt gerade hier schon wieder verstehe, ist, dass Leute Horrorszenarien zusammenbauen, wie zum Beispiel, wir haben einen Kontakt. Du gehst raus und fährst einfach rein und willst das damit legitimieren. Nee, absolut nicht. Und das ist auch schon wieder Extremvarianten, die hier aus diesem Fall gebaut werden. Und genau deswegen schießt ich den Flomi ab und wir gehen in den nächsten, weil sonst fangen wir hier endlos Diskussionen an. Ihnen kann das jetzt schmecken oder Ihnen kann das nicht schmecken, was völlig fein ist und vollkommen in Ordnung ist, weil Entscheidungen sind nicht immer zu 100% machbar, dass sie einer Meinung sind. Ich finde diese Regelung sehr, sehr schön und habe sie an dieser Stelle hier in diesem Fall nochmal gelernt. Und damit gehen wir in den nächsten Fall. Bis zum nächsten Mal.